Hey und willkommen zurück zu einem neunten Fortnite-Video für euch, aber nur als Gameplay im Hintergrund heute. Und zwar habt ihr ja lange drauf gewartet und ich habe ja gesagt, ich löse das ganze Gewinnspiel am 22. auf. Ja, es lief einfach bis zum 22. Ich habe es gestern auch mal rufen lassen und dachte mir, okay, ich mache die Gewinnspielauflösung dann am 23. Theoretisch ist es dann dasselbe, außer dass diese Auslösung dann einen Tag später kommt. Ist ja völlig egal, ihr habt reichlich mitgemacht und es waren auch sehr, sehr viele Leute aktiv, das fand ich sehr schön und ich hoffe einfach, dass es in Zukunft immer weiterhin so sein wird. Einfach, dass ich auch mal öfter so eine Sachen raushauen kann und ja, vielleicht in Zukunft werde ich mal ein bisschen größer sein, da kann ich euch, keine Ahnung, Tastaturen oder Controller, irgendwas verlosen, irgendwas Großes. Das ist auf jeden Fall ein Traum und zwar mit dem Geld, was ich hier verdiene, in Anführungszeichen, ist jetzt nicht so die Welt, dass ich damit wieder einkaufe und euch Sachen schenke. Wie zum Beispiel jetzt 60 Euro ist nicht wenig Geld, Leute, 60 Euro verdiene ich nicht mal im Monat mit diesem YouTube-Kanal, aber trotzdem wollt ihr was zurückgeben, einfach weil ihr aktiv dabei seid und ich feiere das einfach mega. Und deswegen die Gewinnspielauflösung, ich habe drei Leuten privat eine Nachricht geschrieben. Ich hatte das schon mal beim Gewinnspiel, dass Leute meinten, ich mache das wirklich extra privat, einfach damit ich das so tun kann, als wenn ich eine Gewinnspielauflösung mache oder ein Gewinnspiel gemacht habe. Nein, Leute, ich mache es einfach aus Gründen der Privatsphäre, einfach weil ich das schon mal hatte, dass Leute sich dann beschwert haben und die Person dann beleidigt haben, die gewonnen hat. Finde ich sehr, sehr frech, gehört sich gar nicht. Wie gesagt, ich habe drei Leuten geschrieben, schaut an eure privaten Postfächer. Heute, morgen oder übermorgen, nach drei Tagen, verlose ich die Dinger nochmal neu. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei, da ist ein Code, also ein Paysafe-Code, 20 Euro Paysafe-Codes sind da. Die könnt ihr dann einlösen im Play Store, dann könnt ihr euch, äh im Play Store sag ich schon, im PSN-Store, dann könnt ihr euch einfach V-Bucks damit holen. Sind 20 Euro, also dreimal 20 Euro. Also probiert den aus, wenn er nicht funktionieren sollte, dann schreibt mir nochmal, ich habe eigentlich nochmal geschaut, ob die alle richtig sind, die sind alle richtig, ich habe sie auch richtig abgetippt extra. Deshalb, genau, schaut auf jeden Fall rein. Wenn ihr keine bekommen habt, dann tut es mir leid, ich habe euch nämlich auf YouTube privat geschrieben. Das ist ein bisschen schwierig zu finden, aber ihr werdet auf jeden Fall hinbekommen, ihr müsst am PC da mal schauen. Solltet ihr aber alle hinbekommen, Leute, zumindest die, die gewonnen haben. Schaut da auf jeden Fall rein und ansonsten hoffe ich, dass ihr in Zukunft genauso aktiv weitermacht und mich weiterhin supportet, weil ich habe einfach richtig Bock zur Zeit Videos zu machen. Und ich haue auch jeden Tag eigentlich ein bis zwei Videos raus, weil ich einfach so diese Power habe zur Zeit. Ich habe Lust und dieses Spiel mag ich einfach zur Zeit. Ich mag Fortnite zur Zeit, deswegen habe ich auch noch mehr Lust daran oder noch mehr Spaß daran Videos rauszuhauen. Wie gesagt, supportet mich weiterhin in der Zukunft, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.